hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin gerade hier und jetzt nehme ich jetzt nur eine runde auf ich habe gerade schon squad gespielt clash squad dann spielen wir jetzt battle royale so weiter okay und die runde geht los mit battle royale battle in style ja 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 Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, was ist das denn? Ich stand wieder in den Flusswerk. Du musst das. Das ist einer drin. Also nicht im Turm, sondern da geht raus. Da läuft die Person. Hat der was für mich drin gelassen? Ich hoffe. Ich hoffe. So, hier unten ist schonmal alles weg. Hier oben ist alles weg. Sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ist auch alles weg. Okay. So. Schonmal 15 Schuss. Hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Ich bin kein Zeichen. Ich bin kein Zeichen. Ich bin ein Zeichen. Ich bin kein Zeichen. Wir werden nach unten. Die 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 Ach Mensch, ich habe die nicht gesehen. Dann schauen wir uns den Rest nochmal an, gut gemacht, danni 2003. Dann schauen wir uns an, gut gemacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, wo sind die? Nur noch fünf da. Tja, wo sind die? Ja. Krass, ich habe was gehört, aber der Fall ist schon von der Kiste. Da kommt einer. Ich hätte da unten eine Bombe hingelegt. Oh, da war eine Bombe. Okay. Okay. Er wäre auch fast gestorben. Darum läuft einer. Da oben läuft auch einer. Da ist die Rampe da oben gelaufen. Genau, so hätte ich das auch gemacht. Okay, so viel werde ich gar nicht gehabt haben, aber... Da oben steht der. Okay. Da oben. 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 Da oben.